Ja, also ich werde meistens und das jetzt also ohne Übertriebung oder Schwindeln von Radio Basilisk geweckt und zwar geht der Wecker oder Radio Wecker am 7.30 Uhr ab, Entschuldigung, um halb 7 Uhr und dann gibt es eine Kurznachricht, dann weiss ich schon ein wenig was die Schlagzeilen sind von den Medien. Ich höre dann einmal noch ein, zwei Stück Musik, wenn es schlimm ist, drei oder vier Stück und stand dann auf. Also ich bin nicht unbedingt dem Frühaufsteher, dafür arbeite ich gerne lange und oft auch noch zu Abend ein wenig, zuhause, zu Nacht. Und dann eben das Morgenessen, so wie ich es erzählt habe und dann kann ich gut in den Start starten. Die ersten Sitzungen habe ich meistens um die 8 Uhr im Büro. Basilisk, da höre sie es.